Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feedbeast Megaprojekt, wieder ein schönes Stündchen, vielleicht auch ein bisschen mehr Technikgerödel. Ja, wir fangen wieder erstmal an. Was hat sich eigentlich getan in der Zeit? Es hat sich viel getan, unter anderem die ganzen Barrels obenrum hier haben sich getan. Ich habe Rüstung an, da kommen wir auch später zu. Fliegen wir erstmal hier hoch. Hier sind die ganzen Leitungen verlegt und hier an diesem Punkt, da können wir mal eben offen schlagen, sitzt eine Kiste. Die Kiste ist dafür da, weil hier das Ende der Leitung ist von den Pernetic Types, von diesen Rohren. Weil die Leitung geht hier lang und dann geht es einfach bis hinten rum und dann, wenn alles verbraucht ist oder nicht in den Kisten reinpasst, landet das bei mir ein System. Das liegt daran, weil ich meins nicht überfüllen möchte, denn ich habe hier zwei Disketten. Eine ist auch komplett leer, hier ist die vorformatierte, da ist noch Dünger drauf und Fleisch. Und hier ist halt eine Diskette, da ist halt der ganze andere Rest drauf. Was haben wir noch hier? Hier hat sich ein bisschen verändert. Hier ist noch was hinterher gekommen. Hier ist noch ein Bildschirm angekommen, der Eisen anzeigt. Der zeigt 80 an. Jetzt zeige ich euch mal. Ich habe hier 154 drin, da kommen wir aber gleich zu. Hier hat sich noch ein bisschen getan. Hier sind die Alloy Furnace reingekommen. Hier hinter sitzt auch noch mal eine Tube. Und hier ist ein Seelenofen sozusagen. Da kommen wir gleich auch noch zu. Hier ist noch die Kiste wie gehabt und für unsere Projekte. Hier habe ich ein paar Zellen reingetan, was ich so ein bisschen auffinde und schon mal vorbereitet habe. So ein bisschen Deko oder ein bisschen Grünzeug, was sich so ab und zu mal ein bisschen ansammelt. So Plantballs oder so. Holzsorten, die ich... Oder Holztreppen, Slaps oder so, die ich nicht in mein System mehr möchte, die ich auch nur ab und zu mal brauche. Oder vielleicht ein Waldabholz und das da zwischendurch vorkommt. Hier sind Farben drin. Farben brauchen wir für Lampen, die auch noch hier rein müssten. Hier auf einer Kiste sind die Soulcharts. Da kommen wir gleich zu, wenn wir bei den Seelen anfangen. Denn hier ist eine Kiste mit ganz viel Rüstung und ganz viel anderes Material. Unter dem anderen auch noch ein paar Bücher, ein Zepter. Da kommen wir gleich auch noch zu, weil was hat sich getan eigentlich. Hier ist noch ein bisschen Schrott, was den Recycler rein müssen. Und hier haben wir einen Amboss aufgestellt. Dann geht es weiter nach unten. Was hat sich hier getan? Hier sind ein paar Köpfe angekommen. Hier sind unsere Mitspieler sozusagen. Einen Hydrakopf haben wir noch hier. Und einen Skelettkopf, Creeperkopf und einen Zombiekopf haben wir hier noch. Ihr seht, der Raum hat sich etwas verändert. Das liegt daran. Unser E-System ist natürlich noch vorhanden. Die Ender-Chests wurden hier dran gesetzt. Aber hier ist noch ein zweites System aufgelagert mit einer 64-Bit-Diskette. Die Kette ist noch hier dran gepappt worden, weil das System hängt hier dran. An diese Leitung. Warum ist das nicht connected hier? Das hängt daran, weil es um diese Maschine geht für das ME-System. Kommen wir gleich zu. Wir werden erstmal ein schönes bisschen hier durchlaufen. Ich sollte auch mal die Stoppu anschalten. Wäre sinnvoll. Hier unten hat sich ja auch noch ein bisschen getan. Und hier... Sind die noch bestückt? Nein, die sind leer. Und hier unten hat sich auch nicht viel getan. Nur, dass wir da hinten sozusagen einen Seelen-Spawner drin haben. Wo wir jetzt gleich sofort hinkommen. Fangen wir mal mit dem ME-System an, was wir unten aufgebaut haben. Weil da werden wir auf jeden Fall weiter dran laufen müssen. Das läuft automatisch. Da ist nichts zu machen. Das ist nämlich meine reine Eisenproduktion. Deswegen ist der Bildschirm auch da oben. Das funktioniert so. Hier sind Automatic Crafted Tables Marke 2. Welche ich mal mit Minium Stone bestücken kann. Ich habe das jetzt so gemacht. Hier vorne sind einmal... Aus vier Cobblestone macht der mir ein Flint. Das habe ich hier drüben nochmal. Aus vier Cobblestone ein Flint. Das Flint fließt hier rein. Macht mir aus vier Flint ein Lehmblöckchen. Aus vier Lehmblöckchen... Also das Lehm hier... Machen wir uns Lehmblöcke. Und aus vier Lehmblöcken haben wir hier... Machen wir uns ein Eisen. Das kann man super nachlesen. Wenn man jetzt hier einen gibt... Ähm... Jetzt muss ich aufpassen. Ja. Minimum. Oh, so... Minimum. Nein. Minimum heißt ja ja. Minimum Stone da. Wenn man jetzt auf den Minimum Stone klickt... Dann kann man das auch schön nachvollziehen. Hier. Vier Pflastersteine. Ein Feuerstein. Ähm... Wo geht es denn weiter? Vier Feuersteine. Ein Lehmklumpen. Dann daraus machen wir natürlich diese Lehmblöcke. Und aus vier Lehmblöcken machen wir uns ein Eisen. Ja. Da habe ich schon mal das Ding ein bisschen angeschmissen. Ich musste Minimum Stone ein bisschen rumreichen. Weil ich nicht genug davon habe. Dann mussten wir welche herstellen. Deswegen waren wir auch im Twilight. Haben Hydra gekillt. Und haben noch ein paar andere Sachen gekillt. So ein Zombie... Äh... König war das glaube ich. Darüber habe ich auch den Stab und die Rüstungen bekommen. Die hier sind. Da ist der Stab. Und hier ist die Rüstung. Und die müssten wir jetzt auch mal anziehen. Das liegt daran. Weil wir unten zu dem Seelensbauer hin müssen. Den ich abbauen müsste. Weil, wie ihr seht. Knochen sind genug da. Weil unten ist momentan ein Skelett drin. Weil ich hatte vorher einen Kuhspawner drin. Hier sind knapp 5000 gebratene Fleischball drin. Den machen wir nämlich als erstes hier fertig. Das geht nämlich nur darum. Damit für unsere Schwerter hier. Ähm... Upgrade sozusagen. Die können wir immer wieder neu reinschmeißen. So jetzt werden wir aber erstmal... Erstmal ein bisschen killen hier. So, wir könnten natürlich jetzt einmal drauf gehen. So. Genau, killt euch mal schön selber. Dann brauche ich nicht so viel machen. Passt das jetzt wieder? Jep. So, das Material tun wir auch gleich in unsere Kisten rein. Ah, da müssen wir hier wieder zumachen. Ja, wir können das jetzt einmal so machen. Zack und zack. So, da haben wir auch einen Seelenstein. Marke Tier 5. Und ein Seelenkäfig. Der ist dafür da, dass wir halt so einen Seelen-Spawner reinsetzen können. Wir schmeißen einfach das hier in eine Truhe. Das geht ja direkt in unser System oben rein. Das ist nämlich daran. Hier habe ich, ähm, einen Filter angeschlossen. Und so ein, ähm, dauerhaftes Ticken. Also so ein Timer, der dauerhaft läuft. Der führt uns das System bis nach oben. Und ich hätte das auch hier anschließen können. Da an unser ME-System. Da kommen wir aber auch später erst zu. Mir gefällt das auch so, weil das sowieso über Nacht läuft. Weil der Server ja sowieso einen Chunk-Loader hat und einen World-Loader. Und der Server halt fast 24 Stunden on ist. Das läuft dann bei uns hier rein. In diese Leitung hier. Da. Da seht ihr, da kommen gerade die Knochen an. Und die gehen jetzt hier ins System rein. Da ich aber die Knochen gerne hinten haben möchte, landen die bei mir auch da hinten. Da kommen Pfeile. Da können wir schnell gucken. Pfeile sortiert also direkt hier ein. Und hier haben wir 10 Stacks. Und da hatten wir jetzt gerade 41 Pfeile. Ach, 40 Pfeile. Jetzt haben wir 42 Pfeile. Das passt schon mal. So. Hier ist der Bildschirm für da unten. Für das andere ME-System. Ist der extra hier oben. Da kann ich sehen, wie viel Eisen habe ich denn da mittlerweile produziert. Weil ich habe hier über 12.000 Pflastersteine noch rumliegen. Hier werden alle noch entweder hier oben noch ein bisschen reingetan oder direkt da unten ins System reingeschmissen. Wenn ich da den Platz habe. Zum Seelenofen. Wie craftet man den? Ja, ganz einfach. Geben wir jetzt mal Soul Forage ein. Da ist er. Wie machen wir den? Obsidian, Cleanstone und hier so eine Essenz. Die Essenz brauchen wir nochmal. Feel Dust und Glowstone. Diesen Dust erstellen wir durch Seelensand. Das habe ich schon mal hier vorbereitet. Hier vorne. Ja, steht jetzt Foamcraft vor. Habe ich aber diese Kiste hier benutzt. Da ist die Essenz. Da können wir hier diesen Seelensand produzieren. Diesen produzierten Seelendust. Und den Glowstone. Den habe ich hier extra. Dann. Habe ich nämlich hier die Seelenkiste dafür. Habe ich schon ein paar Seelen hergestellt. Und hier sind fertige Dinger. Hier ist einmal Tier 5 Kühe. Und Tier 5 Skelette. Ja, ihr denkt euch, boah, der hat so viele Tiere getötet. Nein, das geht ganz einfach. Das können wir uns beim Herstellen. Wir nehmen uns einfach nur einen Seelenstab. Dann nehmen wir uns gleich mal zwei mit. Und an dem müssen wir uns wiederholen. Gehen hier einmal zu den Schweinen. Killen ein Schwein. Direkt eine Seele. Und da drauf steht Tier 0. Ein Kill. Schweine. Also Pick in dem Sinne. Hier kann ich das gleiche machen wie unten. Einfach mein Material reinschmeißen. Dann geht das durchs System. Jetzt ganz einfach die Seele tauschen. Und eine neue holen. Jetzt passen wir auf. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Holen wir uns nochmal eine Seele von einem Schwein. Ein Kill beim Schwein. Das gleiche nochmal. Seelschart. Pick. Tier 0. Ein Kill. Das schmeiße ich hier wieder rein. Oh hier habe ich Minimum. Eine Minimum Scherbe. Die kommt auch da rein. Das geht nämlich ganz einfach. Hier sind jetzt 8 drin. Also gleich haben wir 9. So. Wie komme ich auf Tier 5? Ganz einfach. Wir nehmen uns zwei von diesen Soul Shards. Tun den in den Amboss rein. Und bekommen jetzt Tier 1 mit 124 Kills. Nur für einen Erfahrungspunkt. Hätte ich jetzt zum Beispiel noch ein Skelett. Müsste ich. Und ich möchte gerne auf Skelett umwandeln. Müsste ich das so sagen. Skelett. Und dann den Faktor da drauf setzen. Von dem unbenutzten Soul Shard. Möchte ich das natürlich andersrum. Möchte ich jetzt einen 5-fachen Schweinespawn haben. Müsste man natürlich andersrum setzen. Ja. Den reparieren wir. Der Amboss geht ein bisschen kaputt. Und dann haben wir schon ein Pick Soul Shard mit Tier 1 und 124 Kills. Das habe ich so lange gemacht. Bis ich halt auf 5-fach Kühe habe. Und halt Skelette. Ein Skelett gekillt und immer gelevelt da unten. Bei den Kühen. Weil ich habe da unten die Kühe erst reingesetzt. Da unten in mein System. Damit es halt passend läuft. Sonst hatten wir das Seelensystem fertig. So jetzt haben wir hier 9 Stück drin. Das ist okay. Dann habe ich hier noch. Ein Pulverweiser eingestellt. Wir unten im Keller haben. Und hier den Power Phönis. Der gerade unser Rindfleisch durchbrät. Wieder hier mit Exportbussen und Importbussen. Hier vorne eingestellt. Hier müsst ihr leider beachten. Dass oben blau natürlich okay ist. Aber hinten. Wenn ihr das von hinten ausführen möchtet. Dann müsst ihr das auf negativ stellen. Das heißt. Er zieht. Egal was da ist. Alles raus. Weil wenn ich jetzt nur auf orange schalte. Macht der gar nichts. Da muss negativ hin. Das gleiche gilt beim Pulverweiser auch. Einfach auf negativ setzen. Dann zieht er beides raus. Zum Soul Modus. Das kommt noch hier. Dieses Soul Cage. Das haben wir hier. Quäfteln wir einfach hier. Aus dem Seelengitter. Und ein Soul Shard. Da unten. Brauchen wir achtmal diese Cents. Und einen Diamanten. Bekommen wir drei Stück raus. Billige Angelegenheit. Für ganz viel Skelette. Knochen. Wenn man mit Monstern arbeiten will. Kann man das machen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Den tun wir aber jetzt erstmal hier rein. Weil ich das momentan nicht brauche. Den schalte ich erst wieder abends ein. Weil sonst leckt das hier auf dem Server ziemlich. Weil hier sind noch viele andere Sachen aktiv. So. Das haben wir. Das haben wir. Und das haben wir. Ich lasse momentan hier wieder diese Eisenplatten herstellen. Weil wir jetzt da natürlich zukommen. Dass wir diese Eisentanks aufbauen. Dann brauchen wir erst einmal hier von den Dingern welche. Da nehmen wir. 64 Stück. Und jetzt brauche ich die Rezepte von den anderen. Aber ich glaube ich kann noch eins auswendig. So gingen. Die Fenster. Da brauchen wir auch erstmal 20 Stück. Jetzt brauchen wir noch Ventile. Aber da hat mich glaube ich das System jetzt erwischt. Ich glaube das weiß ich nicht mehr auswendig. Oder? Doch. Da. Vier Ventile. Da brauchen wir auch nur vier. Weil wir momentan nicht mehr Tanks haben. Die müssen wir nicht aufbauen. Dass wir einerseits unten unser Biofuel rausbekommen. Ja. Unsere Biomasse. Und die Samenkörnöl. Das werde ich halt über Pipes laufen lassen. Die ich an die Decke hier haften werde. Deswegen ist auch mein Raum immer so hoch. Hier unten an den Decken. Dass halt das alles nach. halt mich hier nicht so auffällt. Und hier hinten werde ich dann die Tanks hinsetzen. Hier kommen die anderen beiden Öfen hin. Da muss ich auch darauf achten. Dass ich hier noch einen Tank zwischensetze. Und hier irgendwo kommt die Biomasse rein. Oder? Oder? Ich bin nämlich gerade überlegen. Ob wir das denn hier machen. Wir werden die Biomasse hinten reinziehen. Hier. Irgendwo. Aber dann würde das auch nicht passen. Dann würde das auch nicht passen. Ich bin nämlich gerade am überlegen. Am überlegen. Weil die ist nämlich schon in der E-Leitung langgezogen. Das ist halt, weil ich gucke auch nicht an der Decke. Und die Decke ist noch hoch genug. Deswegen mache ich das immer gerne so. Ich glaube ich mache das jetzt auch so. Und sage hier. Weil ich. Das ist nur sozusagen eine Puffereinheit. Hier kommt ein Ventil rein. Da werden wir. Das so hochziehen. Mir sind eigentlich nur die Tanks dafür da. Dass ich sozusagen eine kleine. Aber minimale Puffereinheit habe. Bevor ich wieder was produzieren muss. Den in der Mitte müssen wir gleich noch rausbauen. Sonst würde das nicht funktionieren. So. Und dann machen wir hier drei Fenster vor. Und schon haben wir einen Tank mit. Das Speichert von 720.000. Das gleiche setzen wir hier noch hin. Dann setze ich noch mehrere für hin. Da braucht man noch Biomasse. Samenöl. Öl und Benzin. Und noch Teeröl. Aber Teeröl kommt noch hier unten hin. Und Benzin und so kommt noch eine Etage nach unten. Weil ich unten meine Produktion dafür starten möchte. So. Jetzt fehlen uns aber jetzt wieder diese Tanks. Da müssen wir jetzt hier einlöschen. Dann können wir auch sagen. Hier einmal noch ein Loch freimachen. Das gleiche machen wir jetzt mal eben nochmal hier. Wir können wieder zerstören. Aber das Problem ist. Sobald ihr den Tank zerstört. Und das Sentil zerstört. Ist euer gesamtes. Der gesamte Inhalt gelöscht. Außer ihr zerstört einfach nur einen Block. Wie hier jetzt gerade den Glasblock. Dann bleibt halt das alles gespeichert. Was hier momentan drin ist. So. Aber wir werden jetzt erstmal hier noch ein paar Tanks vorbereiten. Und können sagen. Das. Und dann brauchen wir da. Ach wir brauchen noch genug davon. Also ich werde offline noch ein bisschen davon vorbereiten. Wieder ein bisschen hier vorbereiten. Leitung schon mal legen. Dass halt wieder alles passend läuft. Es geht eigentlich nur darum. Dass ich immer sozusagen eine technische Folge mache. Pro Tag. Die raushaue. Dass es halt. Nicht sehen muss. Weil ich habe lange dran gecraftet. Hier das aufzubauen. Dass es schön aussieht. Dass alles okay ist. Das gleiche gilt hierfür. Deswegen ist es auf so eine Mauer eingezogen hier. Weil genau hier drunter. Wo dieser Block ist. Liegt noch eine Leitung. Da muss ich wieder ein bisschen drum gehen. Unten ist jetzt auch ein bisschen verknuddelt. Deswegen habe ich das leider so gemacht. So Eisen brauchen wir. Deswegen brauche ich auch eine Eisenproduktion. Und allgemein für Eisen könnte ich auch wieder Gold draus machen. Und daraus Diamanten. Deswegen lasse ich auch das so produzieren. Es ist billig. Dass wir daraus Cobblestone Eisen machen können. Beziehungsweise fast schon auf Diamanten umschalten können. Baue ich das gerne immer so. Das ist auch bei mir ein Offline. Also auf meiner Singleplayer Welt. Die ich nicht aufnehme. Dann mache ich das auch so. Da ist es wirklich schneller. Ruckelfrei. Insbesondere ist immer gut für den Server. Dass es ruckelfrei ist. Damit halt andere auch spielen können. Und nicht auf Kosten ihrer Leistung. Weil jemand anders halt ein bisschen Miss gebaut hat. So. Aber wir werden jetzt erstmal ganz gemütlich das hinsetzen. Oh. Das war nicht gut. Zack, 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 zack. Weil ich werde die auch so, sozusagen so programmieren. Sollte ich halt mal hier null von dieser Produktion haben. Hiervon oder davon. Weil ich das da ja als Sprit benutze. Oder da unten das Öl. Dass sie wieder produzieren sollen. Und halt einen anderen Rohstoff erstmal benutzen sollten. So. Hier kommt wieder ein Ventil rein. Zack, in der Mitte. Oh. Du nicht. Weil wir müssen uns noch besondere Pipes bauen. Die zum Beispiel auch Flüssigkeiten löschen können. Wenn halt mal der Tank voll ist. Und ich weiß nicht wohin damit. Und das ist insbesondere bei dem Teeröl ganz wichtig. Weil ich sehr wenig mit den Schienen mache. Dass ich den lösche. So. Machen wir jetzt uns noch ein hin. Hier kommt noch ein Ofen hin. Eins. Zwei. Drei. Ich glaube. Wir könnten sogar noch ein hin setzen, oder? Und die beiden dann dahin. Da kommen wir eigentlich noch dran. Dann haben wir den direkt hier doch noch hier oben. Dann brauche ich den nicht da unten hinsetzen. So. Vier Ventile sind weg. Vier Tanks erschaffen gleich. Ach, da habe ich noch welche gehabt. Ich habe nämlich schon das gewundert. Ich hatte doch noch mehr als sonst. So. Überall noch eine Fackel zwischen. Achso, den haben wir da. Ne, ich mache den auch an hier runter. Weil hier möchte ich gerne auch noch ein paar Lampen rein haben. Weil es ist doch ein bisschen dunkel bei dieser Angelegenheit. So gefällt mir das direkt doch schon wieder. So. Dann mache ich hier noch eine Fackel hin. Sagen hier noch welche hin. Und dann gucken wir mal, was hier noch zwischen kommt. Weil das ist dafür gedacht, dass ich hier vielleicht doch noch ein System reinbauen kann. Und dann schaue, dass es mir alles rauszieht und die Sachen oben in mein System reinpumpt. Weil zum Beispiel Stahl oder sowas. Oder wenn ich Werkzeuge finde, die kann ich halt in Stahl umwandeln. Dass ich da Stahl rausgewinne. Das muss natürlich alles gemacht werden. Und das muss auch schön produziert werden. Deswegen haben wir das auch dafür so. Das passt. Sie haben alle gleiche Inhalts. Genau. Jetzt haben wir noch vier. Kann ich schon mal sozusagen unten andeuten, dass unten auch noch ein Tank hinkommt. Am besten fangen wir hinten in den Äckern. Hier kommt der erste hin. So. Und dann brauchen wir, glaube ich, drei Glas, ne? Drei Glas, glaube ich, jeweils ist das gewesen. Da sind die Leitungen. Und die sind auch ziemlich hoch für diese Decke hier. Dass wir das halt schön verstecken können. Das Weitere. Was brauchen wir denn noch? Ja, wir müssten mittlerweile mit unseren Bienen anfangen. Das liegt daran. Damit ich halt Honig und so herstellen kann. Honig oder aus dem Wachs, was ich da herstelle. Natürlich diese Waterproof bekomme. Weil ich gerne mit diesen Waterproof-Files arbeite. Ich glaube nicht, dass ich das über die Liquidukte machen kann. Das können wir mal ausprobieren. Hier habe ich noch 64 Stück. Ich nehme mal vorsichtshalber alle mit. Ich lasse einen im System. Dann ist dieser Platz auf jeden Fall gesichert. Die brauchen wir nicht mehr. Die können wir erstmal hier reintun, genau. Da kommen wir, wie gesagt, später noch zu. Weil ich muss das Teeröl noch umsetzen, dass das halt da unten hinkommt. Hingefüllt wird. Das wird auf jeden Fall noch lange dauern. So. Liquidukte. Wir brauchen ja noch das hier in das hier. Geht das denn so? Nein, das geht zum Beispiel nicht so. Gut, das bohrt ja auch schon mal so ab. Geht das denn so? Auch nicht? Gut, 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 gut. Dann müssen wir das doch mit den anderen Pipes machen. Ähm, wie machen wir das denn? Was machen wir denn in dieser Zeit denn? Weil ich möchte das, wie gesagt, oft der Enzyme haben, weil ich muss da Kakteen noch sammeln. Oder habe ich genug davon? Ne. Ich glaube, ich habe zu wenig Kakteen, dass ich das herstellen kann. Nein, da komme ich nicht mit aus. Aber, das kann ich aus Video Meta machen, das ist kein Problem. Dann kommen die nämlich erst mal ins System. Und ich zeige euch, wie man ein Minimum Stone herstellt. Dann brauchen wir das für. Dann brauchen wir noch Gold. Dann brauchen wir Eisen. Ich habe, glaube ich, wieder falsch rumgesetzt, oder? Ne, da ist er. Den Trägerstein. Den Trägerspein brauchen wir ganz einfach, dass wir ein Minimum Stone herstellen können. Dann haben wir nämlich schon mal einen kleinen Versuch. Schon mal fertig. Brauchen wir... Acht Stück. Und dann schmeißen wir das Rezept nochmal hier rein. Das ist nämlich ganz gut, dass wir hier direkt craften können. So, Minimum Stone. Und dann tun wir schon mal ein Minimum Stone da unten ins System reinschießen. Der uns zum Beispiel aus... Pfff. Was können wir denn machen? Das können wir jetzt mal gucken, weil wir haben... Wie gesagt, hier unten das Terminal gleich nochmal sitzen. Hier ist noch Eisen drin. Reines Eisen. Den tun wir hier rein. So. Jetzt macht er daraus Lehmblöckchen. Aus den Lehmblöckchen macht er uns... Eisen. Das heißt, wir können jetzt mal direkt gucken. Da flitzen wir mal zu unserem Display. Jetzt leckt das im Moment, weil das natürlich... Sehr viel Leistung frisst. Das System sitzt einmal hier und einmal bei Black. Bei mir ist das kompakter und mit ME verknüpft. Und bei ihm ist das so mit Billcraft verknüpft. Da können wir gleich einmal hinspringen. Da produziert er schon. 83 Stück. Jetzt haben wir vorher 80 gehabt. Jetzt haben wir 83. In diesen paar Sekunden. Ich zeige euch mal bei Blacky das mal, wie er das gemacht hat. Frupp. Weil da haben wir nicht auch gleich eine Stunde schaffen. Auf jeden Fall nicht. Weil das, was vorbereitet war und so, ist natürlich lange in Zeit gewesen. Oh. Olek und Bollek waren wieder hier. Also ich habe nichts gesehen. Ich will hoffentlich, dass er schon wieder böse ist, wenn ich hier wieder in sein Haus reingehe. Ich glaube hier ist das gewesen wieder. Genau. Da springe ich immer rein. Hier seht ihr das. Er hat das gleiche hier gemacht. Hier hat er die Egnus X2 da gemacht. Das mache ich nämlich auch. Die lässt er hier mit Steinen weisen. Ich weiß nicht, wie man die köftet. Ob man die irgendwie anders bekommt. Keine Ahnung. Ist aber das gleiche wie Minimum Stone. Macht genau das gleiche. Ist glaube ich nur ein bisschen mehr haltbar. Ist aber auch nicht schlimm. Brauchen wir auch nicht extra. Wie gesagt, hier hat er das jetzt gemacht. Mit den Cobblestone benutzt aber nur hier Billcraft-Dateien. Und hat natürlich so einen riesen Batzen an Leitungen. Wobei ich das natürlich kompakter gebaut habe. aber vorher auch deswegen getestet habe. Sonst funktionierte das nicht. Und hier hinten, wie ich das weiß, kommt glaube ich sein Eisen raus. Genau. Automatische Eisenproduktion. Da hat er, ich glaube das ist eine Tageskiste hier. Ich glaube über den Tag läuft das. Oder allgemein. Ich weiß nicht, wann er das immer ausleert oder so. Deswegen weiß ich, dass es funktioniert so. Oh, die Schilder lecken hier. Was haben die denn hier wieder gemacht? Oh, die haben sie voller Leitern gemacht. Made by Oleg and Boleg. Ruhe und Frieden. Ach ja. Seid ihr wieder nett. So. Aber was ist noch, äh, noch weiteres passiert? Ähm. Wie ihr seht, unser Grundstück wieder ein bisschen erhöht. Und. Ich muss natürlich jetzt aufpassen, weil mein Jetpack, ja, mein Jetpack ist nicht mehr das vollste. Unsere Schweine haben natürlich keinen Durchbruch mehr durch unseren Spawner, weil ich dafür keinen mehr brauche. So, Laser, mal alles aufladen. Weil ich hab da noch kaum Energie für. Wichtig ist eigentlich immer gerade der Jetpack. Jetzt hat trinke ich mal ein Schlückchen. Weil ich werde nämlich off-screen nämlich schon, wie gesagt, mit den Tanks das machen, dass ich halt schon ein paar Bienenhäuser aussetze, dass ich halt reine Bienen mir auf jeden Fall sichern kann. Ob ich da jetzt ein ME-System nochmal aufbauen werde, weiß ich ungefähr nicht. Aber was hier unten ist. Ihr seht natürlich, hier ist ein Riesenloch. Wir haben ein bisschen Mining-Gläser gespielt. Und haben sozusagen uns, ähm, kleinen Raum geschaffen. Wir produzieren hier unten was, aber das dauert noch. Also ich will nicht hoffen sein, dass die böse sind, dass ich jetzt das Loch gezeigt habe. Das ist riesengroß. Weil hier hat einer mal versucht, dann, beziehungsweise nebengeschossen, weil hier hat einer mal gemeint hat, mit seiner Query, aber die dann nicht mehr wiederkommt, weil er geblockt worden ist, etc. Keine Ahnung. Ist jetzt natürlich unser Grundstück. Deswegen ist das auch riesengroß hier. Wir sind momentan auch noch zu zweit drauf. Vielleicht kriegen wir auch noch drei, vier Leute drauf hier, dass wir halt ein gemeinsames Projekt machen. Dass wir sozusagen Projekt im Projekt haben. Aber das wird noch dauern so. Wie viel haben wir in der Zeit noch? Oh, 63. Immer noch 83 Stück. Deswegen brauchen wir auch diese Minium-Stones. Darum muss ich auch ein bisschen in der Zeit noch ein bisschen... Ach ne, das ist ja da. Ein bisschen off-scheme. Ein bisschen arbeiten. So. Ach ne, der hat alles fertig. Das müssen wir nämlich so machen, wieder. Selber einfach den Minium-Stones einmal hier reinschmeißen. Den Minium-Stones einmal hier reinschmeißen. Das habe ich nämlich immer so wie gesagt off-scheme einmal kurz gemacht. Und dann schmeißt er die jetzt hier rein, weil er da nichts machen kann, da ich hier unten kein Minium-Stones drin habe. Produziert er mir unten alles, die ganzen Fächer voll. So, normalerweise packt man alles mit Minium-Stones hier unten voll und dann lagert sich das hier oben ein. Das ist viel einfacher, weil dann muss man das nicht jetzt so wie ich gerade machen hier. So. Und dann können Sie erst mal produzieren, bis die ganzen Steine weg sind. Das geht relativ schnell mit dem Minium-Stones. Entlädt sich natürlich, wie gesagt, auch noch ein bisschen. Braucht aber auch seine Schritte und dann in der Zeit sollten wir auch wieder neue haben. Ein gutes Zeichen für ein E-System, das ist Connected. Seht ihr daran, die immer wieder Impulse. Jetzt ist das System abgelaufen. Genau. Das sieht man mich auch gleich daran. Wenn das System abgepulst ist, dass es hier nicht mehr funktioniert. So, jetzt packen wir zwei Miniums da rein. Da geht es natürlich doppelt so schnell. Beziehungsweise brauchen wir auch nicht. Vielleicht wenn der eine sich ein bisschen entlädt. Das geht relativ schnell. Aber wie gesagt, ab und zu kommen diese Impulse hier. Dann ist das alles Connected mit sich selber. Und dann packen wir das gleich hier rein. So. Miniums da am Arsch und jetzt produzieren wir mein Eisen. Und dann können wir auch in Ruhe gucken, ob wir hier noch verstanden haben. Ne. 88 Eisen haben wir momentan. Und wenn das über den Tag mal läuft, mit Cobblestone-Generator beziehungsweise mit irgendeinem Extruder oder halt ich disponiere halt was aus dem System hier in mein System rein, weil die 12.000 brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die werden wir vielleicht rauspumpen hier oben in das System rein und das in das andere System reinlaufen lassen. Müssen wir mal gucken, wie ich das noch anstelle. Das weiß ich noch nicht genau. So, jetzt haben wir mal über eine gute halbe Stunde ein bisschen was getan. Ich werde wieder ein bisschen Off-Screen vorbereiten, euch ein bisschen Technikquatsch zeigen. Bis dahin, euer Flash oder AP. Bis dahin, tschüss. und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.